Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zur nächsten Aufnahmesession hier von Nick Frey Zockt mit Zotos gemeinsam World of Warcraft. Hallo. Hallo Zotos, ja. Was haben wir das mal vor? Wir müssen jetzt größer und ekliger machen und einen Entscheidungsschlag. Okay, und ich hoffe, ich muss von meinem Päuschen jetzt nicht gleich rülpsen. Das ist mir peinlich. Das hatte ich glaube ich noch nie in einem Let's Play. Da ist der Weg für der Hoch. Ach, ist doch nur menschlich. Da bin ich einfach ruhig ein Cutter, ist raus oder so, keine Ahnung. Willst du denn hin? Müssen wir nicht da hoch. Kommt drauf an, wo du hin willst. Ja, wir müssen da zu den Trox wieder. Ach so, über diesen Berg und dann, da müssen wir in die Höhle jetzt, wo wir eben schon waren. Da gibt's Erze. Ich hab halt gedacht, da gehen wir mal so rum, weil da sind wir zum Höhleneingang näher, oder? Ja, können wir wieder runterjumpen. Können wir nochmal den Rearmob legen. Glaube nicht, dass der schon wieder steht. Aber ja. Haben doch alles vereinfacht und schneller gemacht. Ich sag mal, hier geht ein Weg runter. Den haben wir vorhin nicht gesehen. Er hat nur noch den Rearmob gesehen. So, dann müssen wir hier rüber zur Höhle. Haben sie überall schön Fackeln hingestellt, dass man ja den Weg nicht verpasst. Oh, ich werde angegriffen. Jetzt nicht mehr. Du hast ihn gelegt. Wo ist der Ferne? Denn wie wir alle wissen, sind Paladin Range-DDs. Range-DDs? Oh, warte, hier war noch. Da muss ich hin. Die müssen wir, glaube ich, legen hier drin. Da fangen wir schon mal an. Ja, bin schon dabei. Ich könnte zwar noch ein Schild aufmachen, damit ich keinen Schaden nehme. Aber ich habe mir gedacht, ach, für was. Ich einmal Sühne-Kars steht da vor mir, hat noch 50% Leben. So, ich glaube, wir müssen rein in die Höhle, oder? Richtig tief graben. Nehmen wir auf dem Weg mal alles mit. Auf jeden Fall kann ich schaden. Was war denn das? Das ist das schöne Gottesschild. Hey, sollen wir abkürzen? Ja, wir müssen ja eh noch ein paar legen hier, ne? Die Knochen. Da steht der Boss, oder? Nee. Können wir gleich mitnehmen. Weil ich laufe mal ein paar zusammen. Da oben, den können wir auch mitnehmen. Der kam nicht mehr bis zu dir. Ich? Wo bist du denn? Hier unten. Da unten bist du. Ich mache mal ein bisschen Heilerarbeit. Und guck mal zu. Ich warte eigentlich nur, dass hier Gottes Schild fertig ist. Zack. Da gibt es nachher auch noch eine Möglichkeit, den zu verkürzen. Das ist immer ganz schön. Irgendwo hier muss ein Boss stehen. Ich glaube, da müssen wir da außenrum hier. Tief, äh, oder? Der Akko klappt schon mal. Die habe ich dann immer gleich nach einem Schlag. Ja, das ist, äh, ich glaube, Heilig-Schaden macht Akko bei dir, ne? Ich kann es dir gerade gar nicht so genau sagen. Ja, ich habe das nie gepeilt. Also ich meine, ich habe ja ein Paladin. Das ist ja noch so ein Ur-Paladin aus Classic-Zeiten gewesen. Und den habe ich eigentlich fast immer auf Heiler gespielt. Und habe einmal auf Tank versucht. Aber habe ich Tank, Deathcap und so weiter, kannte ich alles noch nicht. Und das war damals noch wichtig. Das ist heute nicht mehr wichtig. Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung vom Denken. Brauchen wir den Schamanen noch? Sag mal, äh. Ich dachte, es wäre der Boss, weil der da so allein stand. War er nicht. Wer denn? Der hat sich gut versteckt, der Boss. Wir werden ihn finden. Er hat keine Chance. Jeder Winkel dieser Höhle wird umgegraben. So, hier ist ein Ramoth-Bit mir angezeigt. Nee, das ist ein Boss. Ach, Morik, ist das der, den wir töten sollen? Nee. Ist das nicht der Boss? Morik habe ich mal gekennzeichnet. Ach, da oben ist der Boss. Den habe ich auch schon gefunden. Aber hier gibt es noch einen Ramoth, wie gesagt. Ja, vielleicht lebt er gar nicht mehr. Doch, er wurde mir noch angezeigt. Mit voller HP. 819 HP hat er, der gute. Er ist ja auch egal. Ja, nicht so, dass die hier sagenumwogene Schätze droppen. Ja, also für das Level haben sie eigentlich immer ganz gute Sachen. Dann müssen wir ihn suchen gehen. Ich habe den so einen Stern verpasst. Ja, super. Ich sehe nichts Sternen. Ich auch nicht. Tippe mal hier runter. Das ist nur eine Vermutung. Ja, war falsch. Da unten steht ein Knochenknacker. Die brauchen wir übrigens auch noch. Ah ja, na denn. Einen noch, ne? Den haben wir doch schon getötet, den Rare. Das war doch draußen der. Der hieß doch Morik, oder? Wie war das der? Du musst mir wieder raushelfen hier. Ich finde ja nie aus Höhlen raus. Wieso findest du nicht aus Höhlen raus? Upsa, was war mit meiner Kamera eben los? Also, ich glaube, dahinter geht's noch. Ne, da geht's nicht weiter nach hinten. Okay. Wir sind wieder hoch. Das ist alles eingestürzt hier. Keine Ahnung, wo da ein Rare sein soll. Ja, egal. Dann halten nicht. Die müssen wir jetzt halt looten. Vielleicht noch einer zum Looten. Können nicht einfach die Mobs töten und nicht looten. Ich schlag mal ein bisschen... Geht gar nicht. Für so einen alten Wirtschaftsspieler wie dich geht das gar nicht, ne? Ne, da liegen drei Kupfer drin. Die müssen mit. Ich zahl dich am Ende der Stunde aus mit den verpassten Kupfer. So, dann müssen wir wieder hoch. Dann sind wir schon wieder fertig. Weiß nicht. Da drüben steht... Kein Morik. Hier war übrigens der... Ne, war der... Ach, das hier war der Weg, ne? Ja, genau. Was? Ne, das ist der andere Weg. Das ist der andere Weg. Wo bist du denn jetzt schon wieder? Plümchen pflücken. Ja, was auch so. So, ich renne hier einfach mal mitten durch, weil ist mir völlig schnuppe. Ich loote den. Mach einfach mal Schild an. Ach man ey, wie sich... Ich habe aber auch immer Akku von denen, ne? Ich weiß auch nicht. Hier, da castest du da so ein... Da ist ein Arzt. Musst du noch kurz die zwei hinter dir killen. Ja, ich habe die angedottet und habe darauf gewartet, dass von dir irgendwas fliegt, was beide tötet. Schön mitgedacht. Das Cottage-Schild, oder das Schild das Rechers, so heißt es richtig, das trifft bis zu drei Ziele. So, dann gehen wir wieder hier über den Hügel und dann sind wir direkt hier wieder beim Abgeben. Schade, dass ich noch kein Levitieren habe oder sowas. Autsch. Ich auch nicht, wie ich gerade festgestellt habe. Dann könnte man nämlich einfach da runter springen. Geht auch so. Ohne groß Schaden zu nehmen, wollte ich damit sagen. So, Hose. Hose nehmen wir mit. Äh, Hauptmann, Telsamar. Und Stiefel. Das ist ja unglaublich. Die haben sogar Trefferwertung drauf. Die wissen, dass ich mehr DD bin als Heiler. Stiefel anziehen, Hose anziehen und ab die Post. Oh, ich habe Post. Das ist doch schon fast da bis 15, oder? Ich habe Post aus dem Auktionshaus. Irgendeiner hat gekauft. Ja, bei den Preisen. Kampfpreise gemacht. Ja, noch fünf. Ich bin froh, dass du den Gilden-Chat nicht liest. Warum geht's da ab? Da beschwert sich jemand, dass der Alk alle ist. Ja, deshalb habe ich den ausgeblendet. Gut, dass ich da die Leute informiere. Ja, aber das ist cool. Auktionshaus der Allianz. Das finde ich nett. Da hat sich irgendjemand erbarmt und hat mein Kram gekauft. Eigentlich warst du es mit deinem Zweitschar. Äh, nee. Das wäre ein bisschen zu arg. Ich könnte meiner Frau mal sagen, sie soll mal einloggen und soll mal alles kaufen, was ich reinstelle. Und dann mache ich überhöhte Preise und dann verdiene ich mir eine goldene Nase. Irgendwann habe ich schon gesehen, dass ich den Skill Erlösung habe. Ich kann schon jemanden aufheben. Das verstehe ich nicht. Wieso kannst du schon jemanden aufheben und ich noch nicht? Wollen wir das mal testen? Kannst du dich mal umbringen lassen? Nö. Das sehe ich gar nicht ein. Ja, ich könnte jetzt hier eine Pflanze looten, aber... Nein, ich lasse mal. Also da hinten Erz looten. Was? Erz? Dich greift eine Spinne an. Was soll sie machen? Was hat er jetzt da? Das war nur wegen Gift, habe ich dich geschildert. Wahrscheinlich runtergedottet. So, Bergbau schon auf 15. Wow. Kräuterkunde auf 38. So, bei mir gibt es noch einen Flugpunkt. Gehe ich auch gleich mit. Dass wir wieder heimfliegen können, im Zweifelsfall. Und hier unten, das ist besonders schön. Müssen wir eine Quest abgeben und da ist ein Briefkasten. Dann gucke ich mal, was verkauft worden ist. Da gibt es auch ein Gasthaus übrigens. Ach, nur eine Sache. Und das gebe ich ja noch. Noch. Nur neun Silberblatt. Für ein Gold 30. Nehme mir mal derweil Quests an. So. Ich glaube, ich bin schon wieder zu schnell. Oh, ich bin Level 16 und kann Talente vergeben. Ein Wahnsinn. Level 15. Meinst du? Äh, Entschuldigung, 15. Ja, ich bin schon im Weiterdenken. Entschuldigung. So, jetzt kann ich Gedankenkontrolle skillen. Oder Psycho-Schrecken. Oder Lehren-Tentakel. Ach so, die war das. Alles drei Super-Skills, die man, ja, wenn denn vielleicht noch die Lehren-Tentakeln, dass man die nennt. Fünf Gegner im Umkreis von acht Meter um den Zaubern bewegungsunfähig zu machen. Aber vielleicht gut, dass man nicht wegrennen. Ich meine, es ist ja, oder ich kann Gedankenkontrolle machen und ein Wesen bis Stufe 18 kontrollieren. Ja. War interessant. Dann kann ich dich kontrollieren und die Mob-Gruppe schicken. Dafür sorge ich schon selbst. Das ist nicht unkoordiniert. Ne, ich weiß auch nicht. Was willst du uns sagen? Was brauchen wir eher? Da brauchen wir einen Schreckensschrei. Auf keinen Fall. Ich hasse Schreckensschrei. Dann rennen die alle weg. Dann können wir sie nicht mal töten. Das hasse ich als Tank. Ich könnte sie höchstens anwurzeln, dass sie nicht wegrennen mit einem Lehren-Tentakel, damit sie nicht wegrennen, dass wir sie schneller looten können, nachdem wir sie ungenockt haben. Lehren-Tentakel. Lehren-Tentakel. Also als Heiler, ne? Lehren-Tentakel. Das ist voll der Heiler-Skill. Ich hab übrigens geschafft, alle Quests anzunehmen. Sind eins, zwei, drei, vier, fünf Quests. Wenn das jetzt hier kein Display wäre, wo nur ich die Kameraansicht hab, und die Leute ja die Quests auch lesen wollen, so ein bisschen, dann würde ich sagen, teil mal alle. Aber das kann ich natürlich schlecht bringen jetzt. Ja, das wär ein bisschen. So, dann haben wir hier ein Schild. Das ist gesucht. Ach, gesucht mag ich immer besonders. Kennst du noch Hoga? Ja. Gibt's die Quest eigentlich noch? Ich hab keine Ahnung. Der jetzt nicht einfach einen Boss im Verlies von Sturmwind? Ja gut, das ist er ja nachdem er verhaftet wurde. Genau. Ja, ja, die Quest gibt's noch. Du musst aber ja noch verhaften. Dann übernimmt er da unten den Schuppen. Ich glaube, ich bin im falschen Haus gelandet. Da oben ist es hier. Auf dem Berg. Ja, zum Glück sind wir hier in Loch Moda und nicht in Amerika. Nee, das Haus. Was? Ja, das Haus. Ja, zum Glück sind wir hier in Loch Moda und nicht in Amerika. In Amerika wirst du erschossen, wenn du ins falsche Haus gehst. Oh ja. Ding Dong. Wer sind sie? Was wollen sie? Hätten sie nicht vorher fragen können? So. Mist. War nicht lang genug. Moment. Ich ruf sie nochmal auf. Aber komm mal raus. Hm? Komm mal raus. Guck dir mal an hier. Hier werden Schießübungen gemacht. Also vielleicht solltest du doch nicht zu nah rangehen. Wer macht Schießübungen? Siehst du das hier nicht? Die Figuren. Die haben schon ein paar Löcher im Kopf. Der hat einen Loch im Bauch, oder? Der drüben im Kopf. Der hat er. Wie bei Counter-Strike hier. Headshots. Doch Welt der Kriegskunst. So, Quest. Ich glaube, da drinnen ist noch einer. Gibt. Der Koch. Was? Der Koch? Spoiler. Der Koch gibt dir die. Du hast gespoilert. Unglaublich. Pfui. Ich habe drei Sekunden gespoilert. Äh. Der ist draußen, der Koch. Der ist nicht in der Küche. Das ist der Wirt. Nicht der Koch. Ach, der Wirt. So, sammelt acht Bärenrücken von Schwarzbären in Loch Modan. Da kannst du die Loch Modan-Bären-Plutwurst oder was erladen, ne? Genau, Plutwurst aus Telsammer. Mann, das waren noch Zeiten, wo du den Kram wirklich gesammelt hast, um kochen zu lernen. Ne, aber seit ich weiß, dass ich einfach in Pandaria mich hinstellen kann. Macht irgendwie keinen Sinn, das vorher zu machen, ne? Ja, da verkaufe ich hier lieber alles. Das bringt ja nichts. Was machst du? Was machst du denn? Ich wollte einfach hochlaufen. Ja, lauf doch einfach da hoch. So, da muss ich, äh, was müssen wir da? Ach, da ist ja auch ein Weg. Wir müssen alles töten und looten. Ist das wieder so, ähm, ein sinnvolles Questen hier, ja? Einmal alles töten. Ja. Ja, alles troppen. Die Bären müssen wir auch killen. Bär. Bist du noch bei mir? Den Widder lasse ich jetzt am Leben. Bärenrücken. So, Pflanze, Pflanze. Da brauchen wir einen Rücken drin. Das ist so krass. Du läufst auf den Zug. Ey, weißt du, jetzt mal ganz im Ernst. Ich habe ja Paladin in Classic gespielt, ne? Weißt du, was da ätzend war? Na? Du hast Kämpfe geführt. Ich weiß gar nicht, wie ich das am besten erklären soll, damit man das auch versteht. Also, ähm, ich habe einen Kampf geführt gegen einen Mob, der sich geheilt hat. Den Burning Crusade. Und ich war Paladin. Ja, das Ganze lief ungefähr so ab. Ich prügel auf den Mob ein. Der Mob heilt sich. War wieder voll. Der Mob prügel auf mich ein. Ich heile mich. War wieder voll. Dieser Kampf dauerte ungefähr, hm, 30 bis 40 Minuten. Dann hat sich ein Makier erbarmt und hat dem Mob den Todesstoß verpasst, damit endlich meine Quest weitergeht. Das war Paladinspielen früher. Hey, das ist mein Mob. Heute ist das anders. Bisschen mehr Wumms haben sie dann bekommen. Ich pull hier mal drei zusammen, ja? Warum kann ich in denen nicht... Achso, da ist noch eine Bärenflanke drin. Der ist hier neben mir gestorben, der Bär. Pull ich mir danach.